Jo moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zu Train Fever. So, wie ihr seht sind wir hier im Außenbezirk von Rotenburgs Ort, das ist ja da, wo wir beim letzten Mal den Tunnel gezogen haben. So, ich möchte allerdings, bevor wir jetzt weitermachen, die Linie hier zu vervollständigen, möchte ich gerne noch eine Sache ausprobieren, nämlich, kriegen wir es hin, den Tunnel schon doppelgleisig zu machen? Da ist der Monat gleich vorbei, wer sagt's denn? So, ähm, okay, nee, das geht anscheinend nicht. Okay, gucken wir mal. So, eine Weiche kriegen wir da auf jeden Fall hin. Das ist Jort. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ja! Hey, super, das geht. Na, das ist doch schon mal eine klasse Sache. Das war nämlich meine Befürchtung, dass wir hier ein ganzes Stück, ähm, eingleisig erstmal noch gehen müssen, bis wir da dann rauskommen aus der Nummer. Ja, prima. Ähm, jetzt machen wir nur noch eine Sache, ähm, nämlich hier das Ganze einmal schick. So, schön, dann sind wir hier erstmal aus dem Bereich Rotenburgsort sauber rausgekommen. So, Ochsenwerder müssen wir vorbei. Und dann hier einmal lang Lobrügge und dann müssen wir hier nach Harburg im Endeffekt, ähm, um dann da reinzukommen, in den Bahnhof. So, okay, Zug 22 braucht einmal gerade neu. Das ist ein Passagierzug nach Rotenburgsort. Ja, da machen wir nicht lange Federlesen. Das ist der Regionalexpress 10. Ähm, das ist unser erster Zug. Ach, da komm, da machen wir jetzt schön gar nicht lange mit der Wimper zocken. Da gibt's jetzt, äh, nehmen wir den ÖBB Railjet, obwohl der ist ein bisschen lang, ne? Nehmen wir den, ich verstehe zwar nicht, warum da zwei Logs dran sind, aber das ist dann nun mal so. Okay. Alles klar. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Ja, okay, wunderbar. Perfekt. Okay, so, also, hier kommen wir dann raus. Allerdings, so wie ich das sehe, habe ich hier ein bisschen Mist gemacht, obwohl, ne, ist nicht so schlimm. Guck mal hier, die Strecke hat tatsächlich nur ein Gleis. Ähm, dann legen wir den damit auf und nutzen dann das freie Gleis und ziehen damit dann in Richtung, ähm, der Südwestecke. Genauso machen wir das. Okay, das heißt, ich muss sehen, dass ich hier an dieses Doppelgleis komme, das da rausführt. Das heißt, ich muss an Lohbrücke hier vorbei. Komm, machen wir das doch mal als erstes. Weil wir hier und diesen ganzen Puzzle-Krane schon mal erledigt haben, dann sind wir, glaube ich, auch ganz gut. Gut, so. Die Linie geht ja hier rein. So, hängen wir uns da auch erstmal dran, ne? Prima. Bis da ist eh nur eine Nebenstraße. So, und dann gehen wir jetzt bis hier ran, würde ich sagen. So. Und dann gibt's hier einen kleinen Schlenker. Zack, auf das Gleis. Sieht gar nicht so schlecht aus. Und, ups, nee. So. Dann kommen wir hierbei. Und legen hier die vierte Spur raus. So, wunderbar. Dann heißt es jetzt hier, den Weg finden. Wie machen wir das? Und dann müssen wir hier so diese Richtung grob haben. Und ich glaube, ich weiß auch, wie wir das machen. Und zwar hier. Die Richtung dürfte so in etwa stimmen. 120 ist natürlich jetzt nicht unbedingt. Das rasende Tempo. Aber ich glaube, dass wir die 300 wohl kaum auf einer dieser Querstrecken schaffen werden. Ist relativ klar. So. Dann sind wir jetzt hier. Und ich schiebe die nochmal ein Stück da an. So, weil ich will natürlich den Aufstieg so spät, wie möglich machen. Ne. 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 Nein. Ach du, heilige Woma. Was haben wir denn da jetzt? Ähm. Irgel. Ah. Was. So, nee. Das sieht ja totaler Mist aus, ne. So, ich möchte. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. So, wir wollen das aber. Glück. Oh, Manometer. So, ähm. Das stimmt die Richtung schon mal nicht. Sondern so. Und so. Guck mal. Dann können wir hier nämlich mit einer relativ moderaten Höhe. Ich finde das immer so furchtbar, wenn ja die Brücken so richtig, richtig böse hochgehen. Ähm. Okay. Jetzt dreht er sich aus irgendeinem ganz gewissen Grund, den ich nicht verstehe, da ein. Machen wir es so. So, das ist, glaube ich, ganz gut. Gehen wir hier rüber. Ruhig noch ein bisschen weiter. Und zwar, ja, komm, bis hinter die Straße hier. Na? Das ist doch ganz, das ist doch gar nicht so schlecht. So, und jetzt, da drüben ist Ochsenwerder und um Ochsenwerder müssen wir auch links rum, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, da ist Rotenburgs Ort. Da kommt das Gleis raus. Genau. Um Ochsenwerder müssen wir genauso einen Bogen machen. Also von daher ist das schon mal gar nicht so schlecht, wo wir hier momentan sind. So, prima. Ähm, dann abwärts. Und dann abwärts. Und von hier aus geht's dann jetzt nicht im Tunnel weiter. Sondern... Bitte oberirdisch. Ach, ähm, äh. Pfui. So, da ist ein Tunnel, da ist ein Tunnel. Das sieht ja jetzt ganz, ganz mistig aus. Wie geht? Ich mach den mal kleiner. So, ist zwar auch nicht so richtig schön, aber egal. Sollen wir erstmal genug sein. So, jetzt ist natürlich die Frage, kriege ich, ups, das Gleis hier durch die Unterführung? Nee, da gibt's eine Kollision. Gut, war nicht anders zu erwarten. Gehen wir hier auch nochmal ein Stück zurück. Und... Rüge. Ja, diese Brückenbautechnik, die funktioniert mittlerweile richtig gut. Ähm, und das Ergebnis, finde ich, kann sich durchaus sehen lassen. So, nicht schlecht. Ähm, hier machen wir jetzt schön weiter. Und pflügen nochmal so richtig schön. Ähm, können wir da vielleicht mal... Genau. Ach, der pure... Oh, was ist denn hier passiert? Ähm, nein. Hahaha. Okay, nee, das Mist ist das, das sehe ich selber ein. Da braucht man nicht drüber nachzudenken. Okay, Zug 69. Okay, das ist ein Regionalzug. Da wählen wir dann nochmal ein anderes Fahrzeug. Ja, ein Cut, komm. Das machen wir so, dass die alten Kleinen, die kriegen einen Cut. Ist das in Ordnung? Der hat jetzt 64, alter, ja, noch weniger als vorher. Gut, aber... Ja, ist okay. Das nutzt er auch nicht wirklich aus. Gut, machen wir so. Ähm, dann hier jetzt einmal abreißen, weil das war nicht so schön. Wir müssen früher hoch. So. Ich will natürlich jetzt keine Straße... Äh, keine Brücke, sondern ich will hier eigentlich nur ganz einfach... Genau. Sieh's wohl. Ähm... Jetzt haben wir jetzt auch irgendwie so einen dösigen... schlonzer Schlenker. Aber... Das soll uns erstmal nicht weiter interessieren. Aus purer Verzweiflung. Man merkt es in meiner Stimme. Ähm... Ähm... Ah. Uh, Froschermalz. Ähm... Aus purer Verzweiflung lege ich jetzt eben mal gerade das Gleis wieder zurück. Ähm... Na, liegt einfach daran. Ich habe keine Lust, es hinterher zu tun. So, hier muss ich jetzt ein ganzes Stück... Warum... Warum? Warum? Und warum ausgerechnet da? Ach, Mensch. Warte. Warte. Okay. 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 Jetzt. Okay. Okay. So, und jetzt können wir... Was? War ich mir aufhegechlagen? Ich will nichts weichen. Ich will nichts weichen. Ich soll nichts weichen. So. Na, bitte. Geht doch Schön Ja, hier auch schön, so der Schatten, der dann über die Straßen geht Ach, ehrlich, finde ich super So Cool Also bisher alles einwandfrei, auch zweigleisig umgesetzt Das gefällt mir So Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen Das sieht ja ganz, ganz furchtbar gruselig aus Das finde ich ja nun gar nicht Ich frage mich, warum hier jetzt schon seit fast zwei Stunden Irgendwo Feuerwerk ist Habe ich irgendwas verpasst? So Okay Prima So Jetzt müssen wir irgendwie grob in diese Richtung Alles klar, ich sehe es Wir legen mal die Strecke noch ein Stück weit hier rüber Ich würde sagen so Und dann in einer großzügigen Kurve Aha Zug 81 Lass mal sehen Das ist okay Der ist auch nicht so gut benutzt Das macht dann nichts Dann wird der Fahrzeugersatz hier Identisch So Ich sollte mir vielleicht auch nochmal bei Zeiten angucken Ob die Stauungen, die wir da neulich gehabt haben Mittlerweile Geschichte sind So Jetzt gehen wir hier rüber Und zwar mit so einer Möglichst weichen Kurve So Okay So Da hinten Sehen wir ja schon Da ist der Anschluss an Rundenburgsort So Das heißt Ich werde den jetzt hier nochmal Das reicht vielleicht sogar schon Zug 7 Braucht auch hier einen Nachschub Brauchen wir mal was Neues wieder Wir haben schon so lange keine Züge mehr Einfach mal so zusammengesetzt Wieder Österreich Bahn Aha Ich habe momentan gar keine Silberlänge Nur die Nord-Ostseebahn Was nicht schlimm ist Machen wir das Aber Eigentlich hätte ich jetzt erwartet Dass wir hier die Verkehrsroten dann irgendwann auch noch haben Da muss ich mal gucken Das kann ja nur heißen Dass ich da gepennt habe Und das nicht vernünftig gemacht habe Also das schaue ich mir nochmal an Da haben wir dann vielleicht Ab der nächsten Folge dann auch wieder Die Regio wagen Weil Wie gesagt Eigentlich erwarte ich die So Ähm Jetzt mal so dicht wie möglich da dran Und hoch Aha Nein Warum ist da eine Kollision Ja okay Zu spät angesetzt Gut Also noch ein bisschen was abschnippeln Vom Gleis So So Anlegen was eben bis hier hin Das haben wir ja auch Rechts rein Nein Keine Weiche rein So Gut Und dann legen wir den Kram jetzt mal Bis dahin Gut Ab hier Hier ist es dann eine Brücke Und Hier geht es dann Folgerichtig auch wieder runter So Nämlich Weil Wir dann hier Das letzte Stück noch anschließen wollen So Komm her Und Zack Da will er einen Tunnel machen Und zwar sogar einen ziemlich langen Tunnel Ach was soll's Mach mir einen Meine Güte Gibt uns die Möglichkeit Dann noch andere Gleise Die darüber queren Dann auch nochmal Besser Dann zu verteilen Dann Sind wir nicht so Gnadenlos Darauf angewiesen So Dass wir hier immer Ähm Freie Wege haben Sondern wir können wirklich beikommen Und Dann dort Auch Ein und aus fahren So Also Wollen wir nochmal den Ausbau vornehmen hier Ich wollte schon sagen Komm schon Keine Lust mehr Oder was So Boah 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 Ah, okay, okay. Ich wundere mich schon, was ist hier los? Um alles in der Welt. So, den hier aufhalten ist aber schon mal richtig. Sorry, ich wundere mich, was ist um alles in der Welt? Meine Herren, okay. So, den halten wir hier am Tunnel auf. Und zwar, ich wundere mich schon, was stimmt hier da vorne und hinten nicht. So, dann auch hier beim Tunnel. Ähm, ja, warum auch nicht? So, dann kommt hier der nächste Tunnel. So, hier geht's über die Brücke. Das ist in Ordnung. Ähm, das lassen wir auch so laufen. Das hier ist keine Haupttransportstraße, sonst wäre sie größer. Wie tun wir da hin? Wie tun wir das da hin? Zug 70. Was ist denn Zug 70 für einer? 64 Passagiere. Okay, das ist ein, ähm... Regionalzug. Das heißt, da hängen wir schön wieder einen Triebwagen drauf. Machen wir hier den 424. Ja, bitte. Und tschüss. So, und dann nochmal. Hier das Ganze. Die Brücke auch nochmal als Wegpunkt sozusagen, hier. So. Warum mache ich so viele? Ähm, hat eigentlich einen relativ einfachen Grund. Und ich möchte den Deichgraf dann als nächstes verlängern und zusätzliche Züge auf die Linie bringen. Okay, da brauchen wir auch nochmal was Neues. Ein Zeug wählen. Dann nehmen wir eine schöne DB101. Wagen. Ah, ich habe ja nur die Nord-Ostsee-Bahn, ne? Aber das... Ja, das ist natürlich doof. Im Moment habe ich nur die Nord-Ostsee-Bahn und dann... Naja, gut, okay, komm. Davon. Und davon. So. Und los. Dankeschön. Ähm. Ja, ne, das ärgert mich ein bisschen, weil da möchte ich natürlich schon gerne auch Intercity-Wagen haben und, ähm, die Regio-Wagen. Da gucke ich nochmal. Weil ich weiß, die gibt's. Dann müssen wir da nur einmal beikommen. So, Straßenfahrzeug. Das ist ein Gütertransport. Für den Gütertransport 15. Okay. Fahrzeugersatz. Güter. So. Aha, die transportieren alle nur noch Kohle. Ah, das mag durch den letzten Patch kommen. Davon gehe ich mal aus. So, da ist ja der gleiche. So, weil da hat man entsprechende Änderungen vorgenommen. Und es könnte sein, dass die 40 Tonner davon betroffen sind. Das ist gut möglich. Da müssen wir dann mal schauen. Ah, das findet sich. So. Hier geht's weiter. Dann mach hier mal einen. Da müssen noch irgendwo die anderen Signale stehen. Wo sind sie? Ach hier. Siehst du? Dann können wir hier nämlich noch gleich schön die hier hinstellen. Dann gibt's hier noch einen. So. Und dann lass ich's durchlaufen bis zum Schluss. Und zwar hier ein Einfahrtsignal und hier ein Einfahrtsignal. So. Jetzt ist ein Haus bei dem. Der ist auch gut gelegt. Das ist schön. So. Gefällt mir. Prima. Dann brauchen wir jetzt eine Linie. Und zwar Eisenbahn. Und wir brauchen den Deichgraf. So. Vom Kloster nach. Oh, der fällt andersrum. Okay. Rotenburgsort. Klostertor. Dann muss er als nächstes... Wenn wir erstmal Haltestelle hinzufügen machen. Da. Dann muss er als nächstes anfangen. Du wirst es nicht machen. Oha. Jetzt geht's aber rund hier. Ähm. Moment. Lass mich da eben erstmal nur nochmal... Was denn jetzt Rotenburgsort? Ich bin hier irgendwie gerade total falsch. Warte mal. Oh, das sind auch tatsächlich drei verschiedene Linien. Nicht schlecht. Ähm. Ah. So. Rotenburgsort. So. Rotenburgsort. Klostertor. Rotenburgsort. Rotenburgsort. Und jetzt... Harburg. So. Mal kurz anhalten. Ich möchte nicht, dass es hier jetzt irgendwelche wilden... ...Vertauschungen gibt. So. Das ist ein Kohletransporter. So. Wie es der Name ja schon sagt. Fahrzeugersatz. Das ist noch ein sehr alter Kohletransporter. Dem können wir hier mal so einen schönen 40-Tonner irgendwie erstmal mit auf den Weg geben. So. Und welchen mit dir? Tschüss. So. Das ist ein Gütertransporter. Der ist auch noch ruhealt. Schade, dass die jetzt alle auf Kohle sind. Da könnte ich nochmal beikommen und könnte das dann vielleicht zurecht drehen. Dass dort dann halt eben entsprechend verschiedene Güter auf die Fahrzeuge geladen werden. Sonst habe ich die nachher gar nicht mehr fahren. Das ist ja auch blöd. Weil die sehen natürlich richtig toll aus. Also gerade mit den regulären... ...ähm... ...mit den regulären Firmen. Also sowas wie Kühne und Nagel und... ...was haben wir denn noch? DHL, FedEx und so weiter. Das hätte ich natürlich schon gerne. So, der transportiert auch Güter. Dann hängen wir den da rein. Okay. Gut. Dann macht ihr mal. So, jetzt lassen wir das Ganze wieder laufen. Und ich packe hier nochmal... ...Züge rein. So, Triebwagen. IC3, zwei Stück. Linie zuweisen. Das hält mich hier wieder auf. Oh, okay. Jetzt tut es gleich... ...wirklich weh. Anhalten. So, weil ich will die Fahrt... ...vom Deichgraf mir einmal vernünftig angucken. So, Holztransport 2. Fahrzeugersatz. Ja. So, dann nehmen wir hier so einen... ...schönen... ...großen. So. Dann haben wir hier noch einen Kohlentransport. Den... ...können wir auch durch was wirklich wesentlich Größeres ersetzen. Dann nehmen wir hier mal Kühne und Nagel. ...Hamburger Spedizio. Muss natürlich sein. Keine Frage. So, und Gütertransport. Hier auch nochmal. Komm, was nehmen wir denn da? ...Karlsberg? Aber der ist so klein. Hier will ich den großen. So. Okay. Lassen wir ihn wieder anfahren. Ich will natürlich auch nochmal einmal sehen... ...wie der Takt der Linie ist. Dann folgen wir dem einmal completo... ...und dann soll es das, glaube ich, auch sein. Also für alle, die... ...die jetzt noch... ...denen das jetzt hier nicht schon zu lange geht... ...124 Sekunden. Nicht schlecht. So. RE10 macht Verluste. Das ist klar. Okay. Achso. Ja, war frisch gekauft. Logo. Ah, da müssen wir mal so ein bisschen gucken. Dann folgen wir doch mal der Strecke... ...und gucken uns mal an... ...wie die Fahrt... ...bis zum... Ach, Leute. Jetzt macht es aber keinen Spaß mehr so langsam. So. Güter 7. Im schlimmsten Fall bedeutet das ja auch... ...dass ich meine Kombolinie irgendwie auflösen muss. Da werde ich dann bei Zeiten nochmal gucken müssen. Sonst kriegen wir da ein Problem. Mit dem Erztransport 1. Ja, da hast du doch einen. Nimm doch genau den. Warum bist du denn da jetzt nicht auf? Egal. So. Jetzt habe ich einen ganzen Monat gebraucht, die drei... DUG! Gibt es ja nicht. So, Gütertransport 8. Jetzt fahren wir da auch schon schön auf die Brücke. Gut 150. Oh, der 200 nähern wir uns, aber ich fürchte, die knacken wir nicht. Obwohl, oh, vielleicht doch. Schauen wir mal. Ja, 200 schaffen wir auf jeden Fall. Sehr schön. So, Holztransport 3. Dich habe ich doch eben auf Ersatz gesetzt. Jetzt sag mir nicht, da kommen die nächsten. Oh, Mann. Ähm, Fahrzeugersatz. Nee, hatte ich nicht auf. Das ist Holztransport. So. Na, 230? Macht die Kiste schon. Nicht schlecht. 40, jo, alles klar. Dann nagelt er mit 250 schon durch die Gegend. Und er wird nur noch schneller. Jetzt wird er ein bisschen ausbremsen, weil die Kurve nicht so schnell ist. Ja. Okay. Musik Funktioniert hier irgendetwas mit dem... Also, das wundert mich gerade. Die sind doch alle schon angewählt. Warum tun sie das nicht? Oder hat man den Fahrzeugersatz da rausgestrichen, weil er nicht gültig war? Das kann natürlich sein. Da müssen wir gucken. Weil es könnte durchaus sein, dass es meine Mischlinien sind, die er nicht akzeptiert. So, aber jetzt fahren wir hier auf Rotenburgs Ort zu. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, da kommt er sogar, hat er auch gleich Einfahrt. Das ist hübsch. Achtung, Wand! So, aber wir sind eigentlich mit ganz guter Geschwindigkeit teilweise unterwegs. Also, da bin ich auch sehr zufrieden mit. Ich mache das hier mal zu. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da fahren wir ein und halten hier jetzt. Und nehmen die Passagiere auf. Und wenn wir sowieso gerade hier alles zum Leuchten bringen... Gucken wir doch mal gerade kurz, wie viel... Achso, da steht es doch schon. ICE Deichgraf... 25 Leute schon. Ja, sehr gut. Okay. Screw Gravity, ne? So, durch die ganze Heizerei habe ich jetzt, beziehungsweise die Verwirrung durch die anderen Züge, habe ich jetzt natürlich nicht mitbekommen, ob wir schon andere ICEs gekreuzt haben. Da kommt zum Beispiel einer. 31 Passagiere. Sehr schön. Ja, super. Ganz toll. Das muss ich jetzt natürlich einspielen. Das ist logisch. Das wird für diese Querlinie so ein bisschen ein Nadelöhr. Und es wird noch ein bisschen schlimmer werden, wenn wir nicht mehr nur vier Züge, sondern acht Züge da durchjagen. Der wird jetzt wahrscheinlich auch noch warten, weil der zweite Zug da genauso durch möchte. Nehme ich mal an. Aber... Ach doch, da ist er schon. Ja, okay. Ja, wunderbar. Das ist doch schön. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir da unser Ziel erfüllt. Und wir stellen es noch einmal schön hier hin. So. Zug 83. Was ist denn Zug 83? 5 von 59. Aha. Kein Schimmer. Fahrzeugersatz. Und wir wollen ein Fahrzeug wählen. Da kommt ein 424. So. Da kommt der ECE angeschossen. Das ist doch wunderbar. So lobe ich mir das. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und wir werden in der nächsten Folge sowohl in Harburg als auch am Klostertor noch mal schauen, was wir für Ausbauarbeiten an der Stadt und den Güterlinien machen können. Sobald wir das gemacht haben, gucken wir uns an, ob da noch andere Anbaumöglichkeiten sind für Städte in der Nähe. Und wenn das geklappt hat, werden wir die nächste EC-Linie in Angriff nehmen. Dann von Harburg aus runter nach Südwesten. Das könnte hier ein Feld sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.